Herzlich Willkommen bei Schatten PV. Im heutigen Video möchte ich euch die Verkabelung der Victron Anlage, die ich im letzten Video vorgestellt habe, der Minimallösung, einmal detailliert erläutern. Ich werde in zwei Schritten vorgehen. Ich werde erstmal die elektrische Verkabelung, also wirklich den eigentlichen Stromfluss darstellen und im zweiten Schritt dann die ganzen logische Verkabelung für den Zerbo, wie die einzelnen Komponenten angeschlossen werden, damit die miteinander kommunizieren können. Ich habe hier in der ersten Folie mal symbolisch den Zählerschrank hier in diesem Viereck mit den wichtigsten für die Victron Anlage notwendigen Komponenten dargestellt. Man sieht hier den Zähler vom Energieversorger, der ist ja schon vorhanden und bereits fertig installiert. Da ist es jetzt wichtig, dass wir eben den EM24 einbauen. Ich habe jetzt hier mal alle drei Phasen und den Neutralleiter hier eingezeichnet und nach dem EM24 habe ich jetzt nur den FILS mal eingezeichnet. Da wäre natürlich parallel dann die restliche Stromversorgung von, wie sie bisher schon vorhanden ist, noch zu sehen. Aber ich habe jetzt quasi nur mal hinzugefügt, was man quasi neu braucht. Und da wäre ein FILS, denke ich, eine gute Wahl. 32 Ampere ist das, was Victron vorschreibt als Absicherung. Hier brauchen wir auch ein 4 Quadratkabel. Das ist daher wichtig, weil ja der Multiplus eigentlich nur die 2400 Watt, sprich 3000 KVA über das Kabel leiten würde. Aber dadurch, dass er ja den AC-OUT1 und AC-OUT2 hier noch hat, könnten hier 32 Ampere abgegriffen werden und deshalb müssen wir das eben auch mit 32 Ampere absichern und eben auch mit dem 4 Quadratkabel dann anschließen. Wichtig ist auch die Erdung. Auch wenn man das Ding in einem Inselbetrieb betreiben würde, muss die genauso gegeben sein. Und ansonsten hätten wir in dieser Minimallösung dann die direkte Verbindung von diesen beiden Polen hier zu den Pylon-Tech-Akkus, die ich soweit vorgeschlagen habe. Man kann natürlich andere Akkus genauso verwenden, aber wir bleiben hier mal bei der ganz einfachen Lösung, die man auch sehr einfach dann nachbauen könnte. Wenn man dann noch zusätzlich auf der DC-Seite Solarmodule anschließen möchte, da wird es dann notwendig, dass man einen sogenannten Lynx-Distributor, wer das Produkt von Victron dazu, hier einsetzt. Das ist nichts anderes als eine Stromverteilerschiene mit entsprechenden Sicherungen hier dran. Da gibt es zwei Versionen davon. Da gibt es eine, die dann hier, wie man es schematisch sieht, hier mit dem grünen Licht dann anzeigt, ob alle Sicherungen in Ordnung sind. Es gibt auch noch die einfachere Version, die das nicht hat, muss man auch ein bisschen noch mit Schrauben sich behelfen. Also ich habe das bei mir gemacht, dass man überhaupt die Sicherungen reinbekommt. Es ist quasi von den Aufnahmen her alles da, von den Spritzgussteilen, aber die sind quasi nicht im Lieferumfang, wenn man dann noch die Megafuses mit verbauen möchte. Ich habe hier mal zusätzlich eben dann den MPPT für die DC-Ladung eingezeichnet. Da ist es vorgeschrieben, dass man noch einen Lasttrenner und einen Überspannungsschutz dazu verwendet. Also hier ist einfach die Verkabelung zu den Solarmodulen und man würde dann vielleicht so eine kleine Unterverteilung habe ich zum Beispiel bei mir gesetzt, wo dann pro MPPT ein Lasttrenner und ein Überspannungsschutz drin ist. Und das wird dann, kommt dann hier auf die PV-Seite und auf der Batterieseite gehen wir dann auf die Power-Schiene. Was eine schöne Eigenschaft ist von diesem Lynx-Distributor, der hat hier noch zwei Anschlüsse und gegenüber wäre quasi dann der weibliche Anschluss. Und damit könnte man mehrere von diesen Geräten, wenn man mehr als die vier Ausgänge braucht oder fünf, was der hier bietet standardmäßig, wenn man da mehr braucht, kann man die beliebig viele zusammenschalten und den kann man bis 1000 Ampere DC belasten. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Welche Kabelquerschnitte man hier dann entsprechend braucht, das steht natürlich wieder auf dem anderen Blatt. Meistens in den vielen Fällen reichen 35 bis 50 Quadratmillimeter, aber da muss man sich dann eben schauen, wie viele von den Pylon-Tech Akkus verwendet man, welche Ströme möchte man da maximal ziehen und das muss man sich dann entsprechend ausrechnen. Das würde das Video hier sprengen, weil das einfach zu individuell ist. Was man hier auch sieht, hier sind dann die beiden Pylon-Tech miteinander noch verbunden. Hier die Leitung, diese Kabel, die sind im Lieferumfang dabei, genau in der richtigen Länge. Und man kann, wenn man die Pylon-Tech mit diesem Kabelsatz bestellt, ist auch das Kabel von hier zum Distributor bzw. eben direkt zum Batterieanschluss von Multiplus, wenn man das wie in der vorherigen Folie denn die ganze rechte Seite hier weglassen würde. Hier habe ich nochmal eingezeichnet, wie das ungefähr ausschauen würde, wenn man die Notstromversorgung von Multiplus verwenden würde. Da würde man hier den AC-OUT1 noch verwenden und würde dann in eine gewisse Unterverteilung reingehen. Ich habe das hier mal mit einem roten X eingezeichnet, da ist nämlich ein Fehler, den man sehr leicht begeht. In so einer Minimallösung würden wir ja mit einer Phase arbeiten, also nur mit einem Multiplus-Gerät. Damit könnte man zum Beispiel das Licht im Haus schon mal versorgen und vielleicht noch ein Fernseher, wäre kein Problem. Aber hier ist ein dreipoliger FI-Schalter drin. Und ein dreipoliger FI-Schalter funktioniert nur, wenn man auch alle drei Phasen anschließt. Also auf keinen Fall hier mit einer Phase rausgehen, in so eine Unterverteilung und einen dreipoligen FI-Schalter benutzen. Da gibt es einpolige extra dafür. Ich denke, der Proofwood hat da auch schon mal einige Videos dazu gemacht zu dem Thema. Wenn ich es finde, verlinke ich es hier oben mal. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Da gibt es wichtige Informationen dazu. Ansonsten muss natürlich die Ehrung, der PE hier rüber geführt werden, der Neutralleiter und die eine Phase dann eben in dem richtigen einphasigen FI-Schalter. Entschuldigung. Also wir sehen hier links ja den EM24. Der EM24 wird mit dem RS485 auf USB-Kabel verbunden. Hier gibt es zwei USB-Buchsen an dem Zerbo. Der Stack von diesen Pylontech-Batterien wird einmal hier untereinander mit so kurzen Netzwerkkabeln, die dabei liegen beim Lieferumfang von Pylontech verbunden. Immer von Link-Port 1 auf Link-Port 0. Und es gibt dann quasi die oberste Batterie in diesem ganzen Stack ist der Master. Und da wird der CAN-Port genommen und mit dem VE CAN-to-CAN-Bus-Kabel wird hier rüber zu dem BMS CAN-Eingang vom Zerbo gegangen. Da ist es auch wichtig, ein BUS-System muss am Ende terminiert werden, dass das System weiß, wo die BUS-Chain zu Ende ist. Da gibt es dann so kleine blaue Stecker, die liegen im Lieferumfang vom Zerbo GX bei. Dann haben wir hier den VE-Bus-Verbindung von dem Multiplus. Das geht aus einer der beiden Buchsen hier raus mit einem ganz normalen Netzwerkkabel in den VE-Bus-Port hier. VE-Bus muss allerdings nicht terminiert werden, da braucht man keinen solchen Endstecker. Wenn ich mehrere Multiplus-Geräte habe, würde ich dann aus dieser Buchse hier wieder zu dem anderen Multiplus und so weiter als Kette weitergehen, eben als BUS-System. Aber wir sind ja hier bei der Minimallösung. Für das Dreier-System mache ich nochmal ein getrenntes Video. Wenn ich den MPPT verwenden möchte, habe ich hier dieses VE-Direct-Kabel. Das hat hier links unten am MPPT normalerweise so eine kleine Buchse und das Gegenstück schaut genauso aus. Habe ich hier drei Eingänge am Zerbo, kann ich drei MPPTs verbinden. Ansonsten brauche ich eine Netzwerkverbindung vom Zerbo GX, dass ich das VRM-Portal nutzen kann, dass ich auch vom Computer oder vom Handy aus auf die Oberfläche vom Zerbo zugreifen kann. Auch ein handelsübliches RJ45 Netzwerkkabel ist dann hier diese Buchse. Ansonsten hätte der auch WiFi, also WLAN, könnte auch verbunden werden, wobei ich immer die kabelgebundene Sache da bevorzugen würde, wenn es irgendwie möglich ist. Ich habe jetzt hier nochmal die ganzen Kabel, die ich gerade schon mal angesprochen habe, in dem Diagramm nochmal aufgezeigt. Das RS485 auf USB-Kabel schaut so aus, gibt es direkt von Victron. Das hat hier mehrere Drähte. Man braucht aber nur drei Stück. Gelb, Orange und Schwarz. Hier, so wie ich es eingezeichnet habe, Gelb links, Orange in der Mitte, Schwarz rechts. Wichtig ist, dass man Orange und Rot nicht verwechselt hier. Das schaut sehr ähnlich aus und man muss Orange benutzen, sonst funktioniert es nicht. Rot zum Beispiel wird nicht aufgelegt und Grün auch nicht und ich glaube, es gibt noch eine Farbe hier. Wichtig bei dem EM24 ist auch, ich gehe nochmal eine Folie zurück. Der hat hier so einen Wahlschalter. Da ist ein Schloss, da steht eine 1 und eine 2. Der muss entweder auf der 1 oder auf der 2 stehen. Da schalten sich hier auch verschiedene Displayanzeigen um, sonst funktioniert der nicht mit dem Victron-System zusammen, wenn der auf dem Schloss steht, zumindest zum Einrichten. Also das ist eben nochmal ganz wichtig bei dem EM24. Alles, was ich RJ45 bezeichnet habe, ist ein ganz normales Netzwerkkabel. Es reicht CAD5, kein Problem. Das muss auch nicht von Victron sein. Man kann da jedes beliebige Netzwerkkabel nehmen, man kann das selber patchen. Auch überhaupt kein Thema, dass man auch die passende Länge hat, um da kein Kabelsolar zu bekommen. Ein bisschen anders schaut es aus mit diesem VE-CAN-DU-CAN-Bus-Kabel. Man sieht jetzt hier schon, es gibt hier Typ A und da gibt es eben auch noch Typ B. Ich habe da mein eigenes Video dazu gemacht, schon mal zu dem Typ B, wie man sich das selber gründen kann, weil das ist keine Standardbelegung, wie man es von dem RJ45-Kabel erwarten würde. Ich werde demnächst auch nochmal ein Video zum Typ A machen, werde ich dann alles hier auch verlinken. Man kann sich das ohne Probleme, wenn man die Belegung kennt, auch wenn man ein Auflegewerkzeug hat, selber bauen die Kabel. Man muss die nicht von Victron kaufen. Die gibt es fertig, kosten aber eigentlich viel zu viel Geld und das lohnt sich nicht. Da ist nicht viel dabei. Wenn man natürlich kein Auflegewerkzeug hat, sollte man sie vielleicht doch kaufen. Das kommt dann unter dem Strich billiger, muss man sich auch mal überlegen. Was ich jetzt in dem Schaubild nicht drin hatte, aber was doch eine interessante Sache ist, ist das VE-Bus-to-USB-Kabel. VE-Bus ist ja die Schnittstelle, wo wir den Multiplus angebunden haben und da wird er eben auch drüber konfiguriert. Das heißt, ich nehme das Kabel, was ich zum Zerbo genommen habe, weg und würde das dann zu Konfigurationszwecken die VE-Bus-Schnittstelle hier reinleiten und würde die per USB dann am Laptop oder am Computer anstecken. Wo man das auch braucht, das Kabel, wenn man ein Raspberry Pi, das ist ja immer möglich, ein Raspberry Pi statt im Zerbo GX zu verwenden. Wenn man das machen möchte, braucht man auch dieses Kabel, um das Multiplus mit dem Raspberry Pi zu verbinden. Ja, so schaut dieses VE-Direct-Kabel aus. Das brauche ich halt nur, wenn ich wirklich diesen MPPT-Laderegler verwende. Wenn ich die Minimallösung mit dem bestehenden Wechselrichter machen möchte, brauche ich das nicht. Wie man dann den Wechselrichter in die Visualisierung reinbringt, kann ich gleich noch was dazu sagen. Was es auch noch gibt, ist VE-Direct-to-USB-Kabel. Da gibt es zwei Anwendungsfälle dafür, oder eigentlich drei. Das eine ist, wenn ich quasi keinen VE-Direct-Port mehr frei habe am Zerbo GX, wenn ich beispielsweise vier MPPTs verwenden möchte. Genauso, wenn ich mit dem Raspberry Pi arbeiten möchte. Der hat ja keine VE-Direct-Ports, der braucht dann VE-Direct auf USB. Die sind relativ teuer, die Kabel. Und es gibt auch Selbstbauanleitungen dafür. Muss man mal auf YouTube ein bisschen suchen. Ich habe noch keine Anleitung dazu gemacht, vielleicht, wenn Interesse besteht, kann ich das noch tun. Ich habe aber ehrlich gesagt auch noch keinen selber gebaut, weil ich es nicht gebraucht habe bis jetzt. Wenn man den MPPT ohne Bluetooth benutzen möchte oder kauft, da gibt es ja dummerweise auch so benannt, der Blue Solar ist der ohne Bluetooth und der Smart Solar ist mit Bluetooth. Wenn man den ohne Bluetooth hat, dann braucht man das Kabel auch zur Konfiguration von dem MPPT. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Was ich hier nochmal, um auf die Folie zurückzukommen, nicht drin habe, ist ja der Wechselrichter. Der Wechselrichter geht ja auf die bestehende Verkabelung hier irgendwo mit rein. Also wenn ich eine bestehende PV-Anlage habe, wird die Einspeisung irgendwo mit auf der Seite hier zu sehen. So, wenn ich jetzt im VRM-Portal den Ertrag von meinem Wechselrichter mit visualisiert haben möchte und das gibt schon Sinn, weil ich dann nur dann eigentlich das VRM-Portal richtig nutzen kann im vollen Umfang, bräuchte ich einen zweiten EM24, den ich zwischen den Wechselrichter und dem Stromnetz da noch reinschleife. Das ist aber ein bisschen, ja, muss man ein paar Sachen beim Konfigurieren beachten, dass er den nicht als eben Netzzähler erkennt. Da werde ich bestimmt nochmal ein Video dazu machen. Da gibt es auch schon ein paar andere YouTube-Videos, die das erklären. Der Jens von meiner Energiewende hat das zum Beispiel auch schon mal sehr ausführlich erklärt. Ja, das war es eigentlich schon wieder von dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, verpasst ihr keine Videos mehr. Ich werde bestimmt noch viel zu Victor machen. Da gibt es viele Fragen, bekomme ich immer unter den Videos gestellt. Es sind viele Sachen anscheinend noch nicht klar. Ich denke, mit dem Video wird es trotzdem einige Fragen schon beantwortet haben, einige Unklarheiten beseitigt. Es ist kein Hexenwerk. Wenn man weiß, was wohin kommen muss, mit was für einem Kabel, geht das alles leicht von der Hand. Es gibt alle Kabel fertig von Victron zu kaufen. Man muss nicht selber bauen. Wenn man selber bauen möchte, kann man sich halt ein paar Euro sparen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Euer Helmut